Wunderschönen guten Abend. Wir wollen heute mit Hardware-Zugriffen beginnen. Und solche Zugriffe sind ganz generell einfach Zugriffe auf Ein- und Ausgabe. Wir können da auf einen Baustein etwas schreiben oder der Hardware etwas mitteilen oder von der Hardware etwas lesen. Das ist irgendwo Zugriff auf Hardware. Und ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu implementieren. Wenn wir zurückgehen, ja viele, viele Jahre, gell, dort haben wir schon mal eine Architektur gesehen, gell, das war der Herr von Neumann, der hat also in den 40er Jahren diese frühen Rechner beschrieben und er hat gesagt, naja, um eben auf irgendwas zuzugreifen, dass nicht um den, ja, um die Zentraleinheit, um den CPU herum und den Prozessor herum ist, gell, brauchen wir Input-Output, gell, und der hat ja nicht unterschieden, was es ist, sondern ganz generell gesagt Input-Output und Recht hat er damit gehabt, weil Input-Output kann alles Mögliche sein, gell. Und ja, später haben wir dann gesehen, gell, also wenn wir in, ja, diesen Z80 etwas angeschaut haben, gell, also da gibt es auch Input-Output und es gibt in der Sprache des Prozessors im Assembler eigene Befehle für Input-Output, gell. Und wir haben noch etwas gesehen, es gibt nicht nur eigene Befehle für Input-Output, sondern es gibt für Input-Output einen eigenen Adressraum, gell, also es gibt einen Adressraum für den Arbeitsspeicher, der bei Null beginnt, und es gibt einen Adressraum für Input-Output, der bei Null beginnt. Also wir haben zwei Adressräume, gell, und beim Z80 war das so, gell, da hat man einen Adressraum für den Arbeitsspeicher gehabt, gell, da hat man 16 Bit-Adressen gehabt, also 64 Kilobyte für den Arbeitsspeicher, gell, und auf der anderen Seite bei Input-Output haben wir nur 1 Byte, gell, also 8 Bit-Adressen haben wir gehabt, also insgesamt 256 verschiedene Adressen für Input-Output, aber insgesamt haben wir 64 Kilobyte für Arbeitsspeicheradressen zur Verfügung gehabt, plus 256 Byte, gell, für Input-Output-Adressen, also zwei Adressräume, gell, okay, also, ja, da gibt es auch Architektur, und die nimmt man das alles zusammen, gell, also alles im gleichen Adressraum, gell, und, ja, also, die trennen da nicht zwischen Input-Output und zwischen Arbeitsspeicher im Adressraum, sondern alles im gleichen drinnen, gell, also, ja, sehr schön, gell, okay. So, auf jeden Fall, das mit den getrennten Adressräumen, gell, das hat der Z80 so gehabt, gell, das, ja, geht eigentlich von Neumann zurück, gell, der 8086 auch, gell, unsere PCs auch, gell, also die Rechner haben das eigentlich sehr viele. Das mit dem gemeinsamen Adressraum für Input-Output und für Arbeitsspeicher, das ist etwas, was bei so Mikrocontroller höfst und anzutreffen ist, gell, dass man dann einen Adressraum hat, gell, und dort hängt es von der Adresse ab, ob man jetzt den Arbeitsspeicher meint oder ob man eine Hardware meint, gell, gell, aber es gibt noch ein Konzept des Speichers, den wir dann benutzen können, gemeinsam mit, ja, also vom Prozessor und von einer anderen Hardware, gell, also geteilter Speicher, nicht im Sinne der Prozesskommunikation, die wir in DB gesehen haben, sondern also wirklich im Sinne, dass sich Hardware, verschiedene Hardware-Speicher teilen, gell, also die CPU, ihren Arbeitsspeicher mit einer anderen Hardware, gell, und solches Konzept, wenn wir da zurückgehen, gell, also Shared Memory, haben wir gesehen, gibt es mehrere Konzepte, gell, aber ein Konzept ist, dass wir einen geteilten Speicher mit der Grafik haben, dass wir also einen, ja, Shared Memory bei Grafikkarten haben, wo also Grafikkarten einen Teil des Arbeitsspeichers für sich brauchen, um dann Speicher zu haben, also dann mal irgendwo ganz typisch sind halt so Grafikchipsets, gell, die, viele sagen halt mal, die sind so langsam, gell, aber die haben schon auch Vorteile, gell, also wenn man da nicht eine zusätzliche Karte irgendwo hat, die Grafik macht, gell, sondern man hat ein paar kleine Chips auf dem Motherboard, und die benutzen dann den Arbeitsspeicher auf dem Motherboard und haben nicht einen eigenen Arbeitsspeicher, dann kostet es halt auch etwas weniger an Investitionen und vor allem auch kostet es auch weniger an Energie, gell, also man kann dann auch auf einiges, ja, einsparen, was Energie betrifft, gell, gell, okay, ja, das ist sehr häufig vielleicht nicht so wichtig, vor allem nicht, wenn es, ja, Standalone-PCs sind und so, gell, wenn es mobile Geräte sind, dann macht es schon einen Unterschied, gell, ob man da ein paar mehr oder weniger Watt verbraucht, gell, mhm, okay, so, also, jetzt unterscheiden wir mal grundsätzlich, gell, wir haben also Hardware-Zugriffe über irgendwelches Input-Output, gell, also so, wie es der Herr von Neumann damals schon gesagt hat, gell, und egal, wie jetzt die Adressierung ist mit gemeinsamen Adressraum oder getrennten Adressraum, aber auf jeden Fall haben wir, äh, ein Port, auf die wir etwas schreiben können oder von die wir etwas lesen können, gell, und diese Port sind die Adressen, über die wir dann Hardware ansprechen können, gell, also egal, was das jetzt ist, ist das jetzt ein, ja, IO-Controller oder ist das, ist das die Uhr oder ist das ein Interact-Baustein, gell, oder was auch immer das dann ist, gell, es ist dann Hardware, die wir ansprechen, und diese Hardware, gell, die ist dann, ja, definiert, gell, definiert, gell, also im Buch der Weisen der IBM, gell, also den PC vor vielen Jahren veröffentlicht hat, hat sie aufgeschrieben, gell, welche Boards wo liegen, gell, und wie die funktionieren, gell, und hätte sie das nicht gemacht, dann hätte jede Architektur halt immer noch vielleicht eine andere Hardware mit anderen Funktionen, gell, gell, okay, auf jeden Fall Hardware-Zugriff über Port, definiert, im Buch der Weisen der IBM, gell, und das andere Konzept, gell, auch definiert, weil wir ja jetzt über IBM-PCs reden, gell, im Buch der Weisen, gell, gemeinsamen Speicher, und da dieses Konzept, das hat sich dann fortgeführt, und heute haben wir da ganz, ganz coole, äh, ja, Grafikkarten eigentlich, gell, aber wenn wir zurückgehen, gell, zur Anfangszeit der Definition, gell, also nicht so schöne Grafik, sondern so konsolenmäßige Geräte, gell, diese Geräte, die haben auch Grafikspeichern gebraucht, und diese Geräte konnte man einfach auch durch den Zugriff auf ihren Speicher dann beschreiben, gell, also die Grafik auf der Konsole war dann einfach etwas, was man als Programmierer im Speicher beschreiben konnte, gell, also man konnte ganz cool hineinschauen, gell, es war standardisiert, gell, es war festgeschrieben, gell, also im Buch der Weisen 3BM, gell, und, äh, ich wäre wie heute, jemand geht her und sagt, naja, ich will was auf dem Bildschirm schreiben, ich sage, oh, ja, ist ganz einfach, gell, also ich habe da so ein Intel-Chipset da drauf, mache meine Grafik, gell, die, ja, die Grafik, gell, hat ihren Speicher da und da, und dann gehe ich einfach her und schreibe da hinein, gell, das ist halt nicht, ja, im Prinzip funktioniert es genauso, gell, aber, äh, man geht da nicht her, und die Software kann das selbst tun, wie sie will, sondern man geht da schon über, ja, Funktionen des Betriebssystems oder des Treibers, der halt so ein enger Teil des Betriebssystems dann ist, gell, und macht das nicht direkt selbst. Wir, wir werden das jetzt aber selbst machen. Wir schreiben in einen Speicher und verändern dadurch das, was auf dem Bildschirm ist, also nicht durch irgendwelche Funktionen, gell, sondern wir schreiben direkt in den Speicher, in den Arbeitsspeicher. Und, ähm, und die Grafik, gell, die weiß, dass dieser Speicher ihr gehört, gell, und was macht sie, sie liest dann aus, gell, und, ja, das war's dann, gell. Jetzt müssen wir nur wissen, wo wir hinschreiben müssen. Das ist jetzt der Zauber, gell, okay, also heute machen wir einen Hardware-Zugriff über einen geteilten Speicher, gell, ein anderes Mal machen wir einen Hardware-Zugriff über Input, Output, gell, und über die Buchzugriffe, gell, okay, jo, dann schauen wir mal, reden wir dann über den Speicher, gell, ja, der Speicher, der Speicher, ähm, gehen wir mal, ja, es hängt jetzt davon ab, wo wir sprechen, gell, aber wenn wir die Speicherbelegung da, dieses Konsolenspeichers nehmen, gell, dann können wir zurückgehen auf diesen Real-Mod, gell, ab Intel 8086 verfügbar, gell, und, äh, ja, dort, wenn wir eben gesagt haben, wir reden von DOS-Systemen, haben wir maximal ein Megabyte Speicher, und wie ist denn dieser Speicher aufgebaut, gell, dieser Speicher, äh, ja, der hat diese Segmentierung als Speicherverwaltung, als Grundlage, gell, und dort hat jede, ja, hat der Speicher eben eine Segmentadresse und eine Offset-Adresse, und diese Segmentadresse und Offset-Adresse, die sind 4-Bit zueinander versetzt, gell, also Segment, das sind 16-Bit, Offset, das sind 16-Bit, aber insgesamt haben wir einen Adressraum, der über 20-Bit adressiert wird, also haben sie das einfach so um 4-Bit verschoben zueinander, gell, und das Segment, das ist um 4-Bit mächtiger, gell, und, ja, wie rächen wir dann die eine Adresse aus, gell, also eine Adresse ist dann nichts anderes als ein Segment, das man 4-Bit nach links verschiebt, gell, also das heißt, äh, das wird also 4-Bit mächtiger, gell, das entspricht einer Multiplikation mit 16, und dazu zählen wir dann das Offset, gell, und das ergibt dann unsere Adresse, gell, also die Adressen sind dann jeweils Segment plus, äh, ja, plus Offset, wobei man das Segment da, warum, äh, ja, um 4-Bit nach links verschiebt, also entspricht es einer Multiplikation mit 16. Das ist das, was passiert, wenn man die Adresse ausrechnet, gell, mhm, okay, also eigentlich hardwaremäßig ganz easy, gell, okay, weil mal 16 bedeutet nichts als 4-Bit Shift, gell, ja, für Telekommunikation, Digitaltechnik, gell, so ein Schieberegister, gell, 4-Bit schieben, gell, und dann hat man schon das mal 16 gemacht, und dann braucht man nichts anderes als einen Addierer, der uns das dann addiert, gell, also das können wir hardwaremäßig machen, gell, okay, ja, und da, ja, die Schreiweise dazu, Schreiweise einer Adresse, gell, die ist auch so oft so Segmentteil und Offset-Dateil, gell, also die werden dann so angeben, gell, ja, mit oder ohne Klammer, gell, und in der Mitte halt einen Doppelpunkt, gell, und das Ganze so hexadezimal, gell, also 0x und dann eben die 4 Stellen hexadezimal fürs Segment und dann 0x und die 4 Stellen hexadezimal fürs Offset, gell, also das ist dann eine, ja, eine 20-Bit-Adresse. Ja, wie schaut die Speicherbelegung aus, gell, also ganz grob, da gibt es eine Tabelle der Speicherbelegungen, und da interessieren uns jetzt, ja, also da am Anfang, gell, da ist die Interrupt-Vektor-Tabelle, gell, also die Interrupte sind diese Unterbrechungen, da haben wir noch nicht darüber gesprochen, gell, aber ihr macht ja ereignisorientierte Programmierung, gell, so mit Java, gell, gell, also das reagiert darauf, wenn jemand auf die Maus klickt, gell, also on, button, click, gell, also on, button, click, gell, das hat eine Hardware-Ursache, gell, und die Hardware-Ursache, diese Unterbrechung des Ereignis, gell, das kommt von einem Interrupt, gell, und wie der rausgeführt wird, was dort passiert, wo diese Interrupt-Service-Routine dann liegt, das steht in der Interrupt-Vektor-Tabelle, gell, mhm. Okay, ja, da so Bios-Data-Area, gell, ganz wichtig, gell, und da kann man dann ja so ein paar Sachen anstellen, also das, ja, dann haben wir hier so einen kleinen Freidenspeicher-Bereich, gell, und dann kommen 512 Byte aus des Boot-Sektors, gell, also der Boot-Sektor wird in den Speicher geladen, gell, und, ja, das sind 512 Byte eben, gell, Bios-Architektur, so, und dann kommt ein Speicher-Bereich, da steht einfach Free Memory, gell, aber dieses Free Memory, das startet eben hier, und das geht dann hoch, gell, das geht hoch bis 0xA000, und das ist ein sehr, sehr großer Speicher-Bereich, und das ist der Speicher-Bereich, in dem wir dann halt auch Daten und Programme liegen haben, gell, okay, und, ja, und dann haben wir hier, was haben wir am Ende noch, am Ende haben wir dann 0xA000, ab hier haben wir 64 KB, das ist Grafik-Speicher, gell, es hat schon auch zur Anfangszeit Grafik-Mode gegeben, gell, okay, da hat es auch CGA oder EGA oder VGA, was dann, weil VGA ist heute noch ein Begriff, gell, und diese 64 KB, das war dann der Speicher dafür, gell, man konnte theoretisch auf den grafischen Bildschirmen Speicher zugreifen, indem man hier hineingegriffen hat, gell, das war schon ein bisschen komplizierter, aber es hat zwei Speicher-Bereiche gegeben, ab 0xB000 und 0xB800, das waren die Speicher-Bereiche jeweils 32 KB für die Konsole, gell, und zwar der erste Bereich für die monochrome Konsole, gell, also so die grün flimmernden Konsolen, gell, waren die berühmten, und dann später hat es so Bernsteinfarbene, die so gelb-orange ausgeschaut hat, gell, gell, diese Speicher-Bereiche hat man ab 0xB000, beschrieben, gell, oder die eben, ja, die Konsolen, die auch Farben haben können, die was dann später normal geworden sind, und wenn man heute irgendeine Konsole hat, dann ist es meistens eine Konsole, die auch Farbe kennt, gell, also die, ja, hat den Speicher ab 0xB800 gehabt, gell, also immer Segmentadressen, die ist der erste Teil der Adresse, gell, und dieser Bereich ab 0xB800 ist der Bereich, der uns dann interessiert, dort werden wir was hineinschreiben, und das, was wir hineinschreiben, in den Speicher, gell, das erscheint dann auf unserem Bildschirm, gell, auf dem Konsolenbildschirm, gell, okay, ja, und das, gell, das da, das ist eben dieses Konzept, des Shared Memories, gell, also des geteilten Speichers, gell, also, wir haben einen Arbeitsspeicher, und da, ja, unter Windows oder Linux können wir nicht einfach so hineinschreiben, gell, also, da ist dann ein Körner, der sagt, du, aufpassen, gell, aber auf einem Dost-System, gell, können wir einfach hergehen und da mal hineinschreiben, gell, also, da hat dann niemand hinter uns daran, gell, also, das hat nichts dagegen, gell, sagt er, ist selber schuld, gell, okay, wenn nachher etwas nicht geht, gell, okay, also, dürfen wir es probieren, gell, jo, dann gehen wir das mal anschauen, wie das da funktioniert, mit so einem Grafikspeicher, gell, und zwar, wenn wir den Bildschirm haben, den Konsolenbildschirm, gell, der ist da aufgebaut, gell, so in Zeilen und in Spalten, gell, und, ja, und die Konsole, die ist wie definiert, die ist definiert mit 24 Zeilen und 80 Spalten, gell, also, wenn wir da hineinschreiben, wollen, das sind 24 Zeilen, gell, und wir haben 80 Spalten, gell, so ist das aufgebaut, ja, und, und wo beginnt es, gell, also da, wenn man XY so angeben will, gell, als X so viel, gell, auf X und Y, gell, so viel auf Y, gell, dann muss man was machen, dann muss man wissen, okay, also links oben auf dem Bildschirm, in der Ecke, dort haben wir 0, 0, gell, also 0X und 0Y, und wenn wir dann weitergehen, gell, dann haben wir darunter, hätten wir dann, was haben wir darunter, darunter haben wir wieder 0X und 1Y, gell, also wenn wir es dort hineinschreiben, gell, gell, das ist 0X und 1Y, gell, das wäre die Adresse, also der, in der zweiten Zeile, gell, und in der ersten Spalte, gell, okay, und was haben wir am Ende, am Ende haben wir also 0X24, gell, und wenn wir dann bis ans Ende gehen, gell, ganz rechts haben wir dann, ja, 79 und 24, gell, okay, also, ja, für uns Informatiker, gell, kein Problem, die Adressierung beginnt bei 0, mhm, ja, jetzt, äh, was ist denn der Speicher, doch der organisierte Speicher, der geht zeilenweise, gell, das heißt also, die erste Speicheradresse, wenn wir hier diesen Color Text Mode haben, ist bei 0XB800, gell, mal 16, plus 0, gell, also, okay, also Umrechnung da, gell, von, das immer in Erinnerung gehalten, die Adresse wird ausgerechnet, aus, Segment mal 16, plus Offset, gell, mhm, okay, so, also, Segment, gell, ist 0XB800, mal 16, bedeutet eine Hexadezimale 0 dazu, plus 0, also, was kommt denn raus, diese Adresse, gell, ist 0XB800, und dann noch eine 0, gell, und damit haben wir die Startadresse für unsere Farbkonsole, gell, okay, ja, und was ist denn an dieser ersten Zelle drinnen? An dieser ersten Zelle ist der Inhalt drin des Zeichens, gell, und speichern, ja, gespeichert wird dann, äh, das, äh, die Position des Zeichens in der Zeichentabelle, gell, okay, wenn wir so eine erste Tabelle haben, gell, wir wollen 65 aufschreiben, gell, was ist denn 65? 65 ist das große A, gell, okay, wollen wir das große A schreiben, dann müssen wir an der Adresse 0XB800, noch eine 0, an diese Adresse, gell, die müssen wir dereferenzieren, dann haben wir Zugriff darauf, und dort müssen wir das, müssen wir 65 hineinschreiben, dann wird links oben ein A erscheinen, okay, ja, also, das da ist dann, äh, der Inhalt, und gleich in der nächsten Stelle, also 0XB8001, gell, also gleich in der nächsten Stelle steht ein Attribut, und zwar das Attribut, gell, das sagt uns, wie das A ausschauen wird, gell, ob das ein schönes A wird, gell, oder, oder ein blaues A, oder ein grünes A, gell, also, ja, gell, also Montag ist vielleicht, ein bisschen blau, gell, 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 ja, ich weiß ja nicht, wie das A sein wird, gell, okay, also auf jeden Fall, wir können dann im Attribut, das sofort anschließt, im nächsten Byte drinnen ist, gell, können wir beschreiben, wie das A ist, gell, ja, und so ist das aufgebaut, gell, da haben wir immer Zeichen für Zeichen, zwei Byte, und es geht, wie geht der Speicher, der Speicher geht zuerst, in der ersten Zeile, gell, also für 80 Zeichen, jeweils zwei Byte, gell, also 160 Byte für die erste Zeile, gell, und dann beginnt die zweite Zeile, gell, und dann haben wir schon 320 Byte gehabt, gell, und dann haben wir noch eine Zeile, und dann haben wir 480 Byte, und so weiter und so weiter, gell, also so ist das aufgebaut, immer Zeile für Zeile durch, gell, mhm, okay, ja, und dann, schauen wir mal, gell, also, Startadresse, gell, steht in 0xp800, Segment, gell, mal 16 plus Offset, gell, 80 Spalten, 25 Zeilen, gell, jedes Zeichen hat 2 Byte, Inhalt plus Attribut, gell, mhm, so, und die Zeichen, gell, an einer bestimmten Stelle, xy, gell, also x und y, gell, horizontal, vertikal, wie in der Mathematik, gell, und da kann man die Adresse dann ausrechnen, gell, okay, also, erinnern, xy beginnt bei 0, gell, und wo starten wir dann, wir starten bei 0xp800, Segment, gell, mal 16 plus Offset, plus, aha, plus was, die Zeile, gell, also zur 0. Zeile müssen wir 0 dazu zählen, zur nächsten Zeile müssen wir 160 dazu zählen, gell, also die dritte Zeile müssen wir schauen, was denn 160 und 160, also 320 dazu zählen, gell, also, um die Zeilensprünge zu machen, müssen wir 160 mal y machen, gell, und um die Spaltensprünge zu machen, müssen wir was machen, das x, gell, x was horizontal angeht, gell, aber immer mal 2, gell, weil wir ja 2 Byte pro Zeichen haben, gell, also, ist das Berechnen, das, ja, der Stelle für den Inhalt an der Stelle, x, y, und nix anders als das, gell, also Startadresse, 0xb800, gell, Segment, gell, mal 16 plus Offset, gell, Offset ist 0, gell, also einfach 0xb800 mal 16, also einen Hexadezimalen Nuller dazugeben, gell, plus y mal 160, plus x, gell, das ist die Adresse des Zeichens, gell, in der x-ten Spalte und in der y-ten Zeile, gell, gell, so, das ist jetzt der Inhalt, und wo ist denn dann das Attribut im nächsten Byte, gell, okay, also im nächsten Byte müssen wir also zu dem, was wir gerade berechnet haben, plus 1 machen, gell, okay, also dort haben wir dann das Attribut dazu, und, ja, okay, also die geraden Adressen, das sind alles Inhalte, die ungeraden Adressen, das sind alles die Attribute dazu, gell, okay, ja, also, so, schaut das dann aus, gell, und, ja, wenn wir da auf den Inhalt zugreifen wollen, wollen wir dann auch schreiben, dann müssen wir da was machen, 65 hineinschreiben, gell, und das Attribut, wie schaut denn das aus, das Attribut, gell, das Attribut, das beschreibt Vorder- und Hintergrund, gell, und das kann man dann zusammenbauen, zusammenbauen, wie man es will, gell, und die, die Bits, gell, die Bits von 0, gell, das niederwertigste, bis 7, das höchstwertigste Bit, gell, diese 8 Bits im Attribut, gell, beschreiben den Vordergrund- und die Hintergrundfarbe, gell, okay, also, schauen wir mal, wenn wir da im Vordergrund etwas machen wollen, wenn wir die Wertigkeit einsetzen, dann ist das blau, gell, 2, gell, also, wenn das Bit 1 dann, gesetzt ist, und nicht das 0, gell, kommt der 2 heraus, gell, und dann wird der Vordergrund grün, gell, wenn wir das Bit Nummer 2 setzen, gell, also 4 dann als Wertigkeit, dann wird das rot, gell, ja, wenn wir dann das Bit Nummer 3 setzen, gell, 8 als Wertigkeit, gell, dann wird das heller, gell, also bright, gell, also hell, gell, gell, so, also das da, das ist dann Vordergrund, gell, und entsprechend gibt es dann Hintergrund, wieder blau, grün und rot, gell, können wir also Hintergrund setzen, und, ja, man kann das auch mischen, gell, okay, also man kann das vom Vordergrund, gell, 3 Bit auflösung, gell, man kann also 8 Farbtöne erzeugen, gell, okay, also man kann da schon eine, ja, schöne Sachen machen, gell, mit 8 Farben, 8 Farben im Vordergrund, und 8 Farben im Hintergrund, gell, und man kann es dann mit dem Bit Nummer 3, kann man es dann heller machen, wenn man das auf 1 setzt, gell, und mit dem Bit Nummer 7, kann man dieses da Ganze blinken lassen, gell, mhm, okay, ja, also das ist das, was man mit dem Attribut machen kann, gell, und wer muss denn das hineinschreiben, das Programm, gell, also wir Programmierer, gell, wer muss denn das herauslesen, die Hardware, gell, und wir hatten das gesagt, die IBM hat es gesagt, gell, okay, also wenn wir uns im Konsolen-Mod befinden, und wenn wir diese Sachen da setzen, gell, dann könnten wir diese Farben da machen, gell, durch einfache Zahlen, gell, und das da auf den ungeraden Stellen, und wenn wir auf den geraden Stellen was hineinschreiben, dann verändern wir den Inhalt der Konsole, gell, mhm, ja, das wäre jetzt eigentlich schon alles gewesen, gell, jetzt müssen wir noch schauen, wie man das macht, gell, und, ja, das können wir auch in ein IC-Programm machen, gell, und zwar brauchen wir einen Zeiger, gell, weil da immer mit diesem, ja, 0xb800 da herumfummeln, gell, das ist nicht so toll, gell, da macht man dann immer etwas, nimmt einen Zeiger, gell, und der Zeiger, der zeigt auf den Beginn, der zeigt also auf den Beginn des Speicherblocks, gell, also auf 0xb800 mal 16 plus 0, gell, okay, so, also gehen wir den Zeiger machen, und zwar, das ist kein normaler Zeiger, sondern das ist ein Char-Fahr-Steiger, also ein Fahrer weiter, gell, ein grosser Zeiger, gell, und zwar, ähm, wenn wir dazu aufpassen, wir sind hier, wir haben das die Segmentierung als Speicherverwaltung, und die Zeiger, die Zeiger sind hier normalerweise 16-Bit-Zeiger, und mit 16-Bit kann man nur 64 Kilobyte adressieren, gell, aber 64 Kilobyte ist zu wenig, gell, wir brauchen mehr, wir müssen die absolute Adresse angeben, und das dann auch mit einem Fahrzeiger, also Char-Fahr-Stern-Z, das ist unser Zeiger für den Bildschirm, wir könnten auch Bildschirm sagen, gell, das ist dann egal, und dann setzen wir ihn mal, gell, jetzt könnte man da so mathematisch hinschreiben, gell, 0xb800 mal 16 plus 0, gell, oder wir verwenden ein Makro, und dieses MakeFahrPointer Makro da, gell, das da, das ist in der DOS Punkt H deklariert, das ist ein Makro, das steht dort drin, kann man nachschauen, wie es ausschaut, gell, und dieses Makro rechnet uns die Adresse aus, gell, und das ist dann die Anfangsadresse für den Bildschirmspeicher, gell, so wie das in der Tabelle steht, gell, also wir müssen das dann in der Tabelle ab 0xb800 eben dort hineinschreiben, also setzen wir uns einen Zeiger dorthin, gell, ja, und was haben wir jetzt gemacht, ich habe jetzt da gesagt, z an der Stelle 0, gell, z an der Stelle 0, das ist nix anders als, was denn, das ist, äh, die Stelle, gell, links oben, gell, dort schreibe ich etwas hinein, gell, ich habe jetzt H geschrieben, gell, also statt 65, ich habe 73 geschrieben, gell, ist auch eine Möglichkeit, gell, oder z an der Stelle 1, gell, gehe ich dann ein Attribut setzen, gell, und das, bei Tribut kann man den nennen, da kommen eben verschiedene Sachen raus, gell, also jetzt da, was würde das heissen, 0x1, also 1, gell, f, aha, ja, dann haben wir da 1, 1 ist da dieses Bit, gell, das wäre dann blauer Hintergrund, gell, und f würde dann bedeuten, die alle setzen, gell, also die Niederwärtigen sind alle gesetzt, und alles gesetzt, und es wird dann ein weißer Vordergrund auf blauen Hintergrund, und der wird dann hell, würden wir statt f eine 8 setzen, dann wäre es immer noch ein weißer Untergrund, aber kein so starker, gell, ja, dann wollen wir das mal ausprobieren, gell, gehen wir mal schauen, also, ich schreibe jetzt da mal euer Dustbox hinein, gell, mhm, und Dustbox, gell, so, jetzt gehen wir dort, Turbo C starten, gell, und, ja, ich habe da schon was geschrieben, gell, ja, wo haben wir es denn da, Data, Screen, ah, okay, ja, also include Dust.h, und STD, also STD.io, ja, würden wir da nicht brauchen, gell, ah, doch, geht Jar ganz am Ende, mhm, also einfach nur auf eine Eingabe warten, und was habe ich da gemacht, ich habe hier gesagt, Jar fahrt Z, das ist der Zeiger, Z setze ich auf 0xp 800, und dann, ah ja, dann gehe ich eine Zeile weiter, gell, an die Adresse 160, gell, warum, wenn ich da, ja, gehen wir es dann ausprobieren, gell, ich habe da eins golden drin, dann geht es eine Zeile weiter, gell, mhm, okay, so, was schreibe ich da hinein, ah, da habe ich A hineingeschrieben, gell, und dann drunter schreibe ich 0x, 0f hinein, gell, ja, probieren wir mal, oder schreiben wir 1f, gell, 1f, gell, okay, wie drüben, im Beispiel, okay, so, und jetzt Jar wartet nichts anderes, als auf eine, äh, auf eine Taste, gell, auf ein Enter, mhm, so, wenn wir da mal save, gell, und dann, gehen wir da nochmal hoch, und dann sagen wir da compile, gell, make exe file, okay, er hat es gemacht, super, gehen wir raus, und was passiert? Also, mhm, ich bin auf H Doppelpunkt, gell, machen wir dir, gell, und hier gibt es ein A Punkt exe, gell, okay, da ist also unser Programm, A, so, da ist, gell, okay, ja, das passt, also wir sehen, wir haben hier dieses A, gell, helles Weiß auf blauem Hintergrund, gell, okay, das, ja, hat funktioniert, gell, ja, also, ich würde es jetzt mal ausprobieren, gell, also ein Programm schreiben, das uns ein Bildschirm Zugriff macht, und dann, dann würde ich einen Counter setzen, gell, also ein Counter, der, ja, der rückwärts zählt, gell, also von mir aus von, zuerst mal von 9 bis 0, und dann steigt er raus, gell, oder dann auch von 100 bis 0, und dann steigt er raus, und diesen Counter, diesen Counter wollen wir in der Konsole oben, gell, oben, äh, rechts irgendwo unterbringen, gell, so dass das schön nach unten zählt, gell, und, ja, viel Spaß. ja, denn, ebenso, da, Untertitelung des ZDF, 2020